Hallo, mein Name ist Andreas Kirschow. Ich bin Experte für Management, Planungs- und Controlling-Software. Manchmal kann ich es gar nicht glauben. Seit mehr als 20 Jahren helfe ich Managern und Führungskräften dabei, im unternehmensweiten Controlling enorme Einsparungen an Zeit, Geld und Ressourcen zu abzielen. Controlling ist wie ein Flugzeugfliegen von A nach B oder ein großes Containerschiff zu navigieren von Hafen zu Hafen. Und das natürlich meist auf Autopilot. Trauen Sie sich eigentlich zu, einen Airbus A380 auf Autopilot zu schalten und natürlich auch zu fliegen? Erst mit den Steuerungselementen kurz verbraucht machen? Ziel eingeben, das kann doch alles gar nicht so schwer sein. Bei meinem Navigationssystem am Auto tue ich das täglich. Doch ein paar weitere Dinge einfach prüfen, einstellen. Autopilot-Knopf finden und drücken und dann durchstarten. Und natürlich hoffen, dass wir in ein paar Stunden zielgenau und pünktlich landen. Oder sollten wir das doch lieber einem ausgebildeten Airbus A380-Piloten überlassen? Einen Airbus A380 auf Autopilot zu schalten und zu fliegen, das traue ich mir leider nicht zu. Aber was ich mir zutraue und Ihnen zeigen kann, wie auch Sie Ihr unternehmensweites Controlling wie im Airbus A380 ebenfalls auf Autopilot schalten können. Damit Sie wieder mehr Zeit, mehr Freiheit und mehr vom Leben haben. Ich zeige Ihnen, wie das funktionieren kann. Bis gleich. Ihr Cockpit- und Autopilot-Coach Andreas Kürbel. Bis gleich. Wir sehen uns. Bis gleich.